Ja einen wunderschönen guten Abend meine lieben Zuschauer, lieben, liebenden und herzlich willkommen TurboGockeli Video heute aus einer ganz anderen Perspektive, gell Hase? Marina am Steuer, wie immer, Leon sitzt da hinten, ja und wisst ihr wo wir sind? Wir sind am Fahrkassee und zwar am Wettersee, kennt ihr am Wettersee, aber wir sind am Fahrkassee und wir besuchen jetzt gleich den Arnold, da ja nichts mehr nicht mehr zur Arbeit kommt. Müssen wir jetzt mal gucken, was der treibt. Müssen wir jetzt mal gucken, was der so treibt. Ja, müssen wir mal Spionage betreiben hier. Mal gucken, nee, Spaß beiseite. Ihr wisst ja, Arnold wird operiert und Arnold ist jetzt gerade hier in Österreich und den besuchen wir jetzt einfach, weil wir eine kleine Weltreise machen. Aber bevor wir den Arnold besuchen, möchte ich nochmal ein Video dazu schalten für euch und zwar von unserem Andi, der sich über die 16VG60 so heftig auskennt. Er hat gesagt, Gockel, ich muss mich irgendwie, weil das Video so positiv da irgendwie ausstrahlt und alle feiern den Andi, hat er gesagt, ich muss mich irgendwie für die ganzen Kommentare und das Feedback und alles muss ich mich bei den Leuten bedanken. Und Andi hat gestern Abend extra für euch noch ein kleines Video mit dem Handy gemacht und das möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und das schneide ich da jetzt einfach mal mit rein und dann könnt ihr mal gucken, was der Andi für euch so erzählt hat und sich, glaube ich, ein bisschen bedankt hat. Ja, das war ja ein bisschen graus, da irgendwie, es hat sich ja fast gerumbelt. Es hat sich ja fast gerumbelt. Die sind einfach alle gefahren, keine Ahnung. Also Leute, wie gesagt, jetzt hört euch mal an, was der Andi euch zu sagen hat. Ihr wisst ja das Video mit dem 16VG60 mit den 3 Limiteds, das ist der Andi. Falls irgendwelche das Video noch nicht gesehen haben, sollten, ja, ich schneide jetzt mal das Video mit rein und wir sehen uns gleich wieder, bis dann. Ja, hallo, guten Abend, liebe Gockel-Community. Da ist nochmal der Andi aus dem heutigen Gockel-Video. Mir war jetzt echt ein Anliegen, dieses kurze Video noch zu machen, was der Gockel noch online setzen wird und mich zu bedanken bei euch für das tolle Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben für das Video, was da heute gelaufen ist. Danke an alle, die es bis jetzt bereits gesehen haben und danke an die, die es sich noch anschauen werden. Ja, also es ist wirklich überwältigend, wie ihr da die Videos feiert und teilt und kommentiert. Das ist für mich fast ein bisschen zu viel, ja, des Guten, und wahrscheinlich werde ich nicht jede Nachricht persönlich beantworten können, weil das wäre jetzt einfach zu viel für mich. Aber es war mir jetzt wirklich wichtig, euch noch Danke zu sagen, dass ihr das so feiert, was ich die letzten 30 Jahre so gemacht habe. Obwohl es wahrscheinlich viel gequatscht war, oder? Und weniger Action, wie halt sonst, ihr gewohnt seid von den Gockel seinen Videos. Aber ja, hat es die einen oder anderen wahrscheinlich schon ein bisschen interessiert, wie so die Geschichte ist von den einzelnen Fahrzeugen. Und ein herzliches Danke natürlich auch noch an den Gockel selber, für das, was er da aufführt mit den Videos und was er sich da für Arbeit antut und mit den ganzen Lieder schneiden. Und ja, es ist wirklich hervorragend, wie er das macht. Danke natürlich an die Marina, für die tolle Kameraführung, die macht das auch sehr gut. Und an den Leon natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, dass er so brav gewartet hat, bis wir mit dem Video fertig waren. Aber das ist wirklich ein toller Pup, ja. Also, vielen Dank fürs Schauen und Teilen. Und ja, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil, werden wir schauen, was noch kommt in der Zukunft. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sage nochmal vielen Dank und wünsche euch einen guten Abend. Tschüss. Also, jetzt sind wir beim Arnold und jetzt platzen wir einfach mal da rein. Gucken wir mal, was da macht. Er weiß aber schon, dass wir kommen, ne? Nur wann wir kommen, das haben wir nicht gesagt. Also, laufen wir jetzt da rein. Hi, die Urlaubsgäste. Servus. Alles klar. Da ist er, da ist er, der Superstar. Der Superstar. Die haben dich schon gesucht, Arnold. Ja, ich bin hier. Die haben dich schon vermisst, ich bin hier. Ja. Von der Sonne her ist so wichtig. Ach so, von der Sonne her. Ja, so. Und Arnold, was geht? Ja, siehst du, schönes Wetter. Geht's dir gut? Geht's dir besser? Sehr gut. Schönes Wetter. Aber abgenommen hast du? Jetzt blendet es mich. Ja, sechs Kilo. Sechs Kilo. Ja. Und nichts mehr pumpen, gell? Ich kann ja nicht, ne? Schuhl ist kaputt. Also, wird das nochmal? Ja, ja. Der eine hat so gesagt, scheinbar kriegen wir's wieder hin. Der eine hat gesagt, wir kriegen's wieder hin und kannst wieder pumpen. Und dann kannst du wieder pumpen. Und dann gibt's Vollgas. Mehr wie voll. Okay, okay, okay. Ja, wir haben vorhin mit Arnold schon geschrieben, wir wählen jetzt heute noch, jetzt haben wir auf jeden Fall Essig gehen, zum Anheiz. Ne, halt, du hast das schon gegessen, ne? Ihr wartet da nur. Ja, wir haben schon gegessen, ja. Ja, und dann wählen wir an das Maybacher, 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 Maybacher Bächle, oder wie sag ich das? Ja, das ist so eine Thermalquelle. Ja. Und da sind zwei Seer dabei. Da kommt warmes Wasser, aus der Quelle, warmes Wasser. Ja. Aus dem Boden raus. Aus dem Boden. Ja, und da wählen wir auf jeden Fall nochmal nach. Und da gehen wir mal jetzt. Ja, schwierig. Das hätten wir damals auch durch Zufall im Internet, glaube ich, gefunden. Das hast du nicht einmal gewusst, ne? Der Arnold ist ja schon ewig hier und hat das nicht mal gewusst, dass es das gibt. Hab das nicht gewusst. Das ist so ein Geheimtipp. Die wollen ja nicht, dass so Fremde dort sind, weißt du? Sonst ist das überfüllt. Ja. Sonst ist das ein bisschen überfüllt da oben, ne? Und jetzt war es hier aus, ne? Es war ja trocken. Ja. So einen ganzen Monat war es trocken. Und jetzt fängt es wieder an zu laufen durch den starken Regen, ne? Wo es gerade ist. Und das kommt aber aus dem Boden raus. Aber das werden wir dann sehen. Wir können ja mal kurz filmen, ne? Das stimmt. Das könnten wir auch machen. Dann nehmen wir euch mit. Aus dem Boden raus. Ja. Auf jeden Fall, ihr seht ja, Arnold geht's gut. Ja? Alles gut. Ja. Er kann halt nicht viel schaffen. Weil sich jeder Sorge um den Arnold macht. Jeder fragt, wo ich... Ja, jeder, was ist mit dem Arnold? Was mit dem Arnold? Die wollte dich halt alle mal wieder sehen, ja. Hab ich gesagt, jetzt nimm mal die Kamera mit und filmen mal ein bisschen, was der Arnold verträgt. Ja. Das ist ein Arnold seit 20 zu Hause hier. Genau. Ja. Und irgendwann bist du mal vielleicht hier ganz. Ja, hoffentlich, ja. Mal einfach raus da drüben und hier nix mehr machen. Einfach nur chillen. Genau. Keine. So, also Leute, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt was essen und dann fahren wir mal an das Maibacher Bechle. Ja. Ja, und dann schalten wir wieder kurz ein. Ja, schalten wir nochmal kurz ein. Ja, weil das interessiert mich auch. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Und eigentlich habe ich zu Marina gesagt, ich hätte so Bock wohl über den Berg rüber zu fahren in diesen Soca-Tal. Soca. Soca-Tal. Du wirst nicht glauben, wir haben mit Marina geguckt, es gibt dort nur ein Hotel. Und dieses Hotel kostet pro Nacht, ich glaube, 900 Euro. Das ist unbezahlbar. Ja, weil die ja wild, ne? Ja. Also wir fahren ja hin und da war ja so ein bisschen wild, ne? Ja, ja, aber ich habe gesagt, wenn ich schon da bin, könnte man doch geschwind rüber schießen und bleiben wir nicht nach dort in einem Hotel. Ja, das sind halt 60 Kilometer sind das von hier, ne? Ja, das ist ja nicht so weit, aber 900 Euro für ein Hotel, na, das ist für eine Nacht. Das machen wir nicht. Also, wir hauen jetzt mal ab. Wie gesagt, Arnold geht's gut und wir sehen uns später. Ja. Leute, guckt ihr mal, wo wir sind. Guckt ihr mal, wo wir sind. Kennt ihr das? Ahnheiz, die Turbokurve. Ja, wo seid ihr alle? Kein VW-Träger, das ist doch heute, oder? Spaß beiseite. Ahnheiz, die Turbokurve. Leute, vorbei ist es vorbei. Was ich aber nicht verstehe, ich habe es gerade mit Arnold drüber gehabt, das Harley-Treffen findet statt. Ja, also die wollen, die GTIler, beziehungsweise das tun, die wollen das einfach nicht mehr haben. Es hat nichts mit Abgase oder Umwelt oder irgendwas zu tun. Die wollen einfach die Tuna nicht mehr haben. Das ist einfach Fakt. Leider Gottes. Aber da komme ich später noch dazu. Wir fahren jetzt ans Bächle. So, Leon, jetzt laufen wir mal in den Wald rein. Ja. 100 Meter, hat der Arnold gesagt, circa. Ja. Und dann sprudelt es da einfach. Also ein Meter, also ein Kilometer. Nein, 100 Meter. Und das ist, Arnold, das Bächle schon. Das ist da. Und da, ist das schon warm, das Wasser? Ja. Echt jetzt? Ja. Ist ja unglaublich. Soll ich mal gucken? Ah, da vorne hat es Leute. Ja, willst du mal dollieren gucken, ob das Wasser warm ist? Mhm. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir runter. Da. Ja, lang mal hin mit dem. Aber fall nicht rein. Ja, mach ich. Ist das warm? Ja. Echt jetzt? Ich fass gut. Warm, warm. War. Das ist ja unglaublich. Bin mal gespannt. Unglaublich. Ja, jetzt muss ich selber mal hinlangen. Das interessiert mich jetzt. Ey, tatsächlich, das ist warmes Wasser. Das ist warmes Wasser. Das ist der Wahnsinn. Aber, aber Arnold, das ist so, das merkst du schon auf der Hand. Das ist so anderes Wasser. Ja. Thermalwasser, ne? Thermal. Thermalwasser. Also, wir haben jetzt gerade geguckt. Arnold sagt, scheinbar kommt das Wasser hier raus. Aber jetzt ist trocken. Also jetzt ist nur noch das Wasser, was vorne in der Bechle drin ist. In der Bechle rauskommt. Ja. Aber da ist jetzt trocken. Da kommt jetzt kein Wasser mehr raus. Und da kommt das nochmal raus. Da kommt das Wasser nochmal raus. Und da kommt nichts mehr. Ich, das jetzt schwupp macht und das Wasser kommt raus. Das ist tot. Das ist tot. Wahnsinn, ne? Da sind noch ein bisschen Steine drauf. Ja, aber Arnold, da muss doch das Wasser jetzt da vorne in deiner Bechle jetzt gleich leer sein. Ne, das kommt in der Bechle raus. Wir schauen jetzt mal. Ach so. Also, der Arnold sagt, da blubbert es raus. Warmes Wasser aus der Erde raus. Da kann der Leon jetzt mal rein. Und die ursprüngliche Quelle ist 30 Meter weiter oben eigentlich. Ja, und die ist jetzt leer. Die ist jetzt leer und jetzt kommt es nur noch da raus. Jetzt kommt es nur noch da raus. Kann ich jetzt reingehen? Ja, gehen wir rein. Das ist auch mal. Das glaubst du schnell, ne? Das ist brunzbar. Das ist so geil. Das ist eine Quelle, die da rauskommt. Also, es ist unglaublich. Das ist geil. Ja, und da, wo du jetzt sitzt, da ist, da kommt die Quelle. Genau. Da kommt das Wasser raus. Das dudelt es normalerweise gleich warm. Du merkst richtig, teilweise, boah, hier ist es richtig warm. Lass uns mal kurz. Papa, ich komme mal zu dir. Ja, das kommt, ich weiß nicht, mit 30 Grad kommt es da raus. Achtung, hier. Schaut das. Ja, komm mal her. Wo ist es genau? Bei mir ist es richtig warm. Vom Boden eigentlich. Ja, hier merke ich es schon. Hier kommt irgendwas. Genau. Und da dahinter ist auch noch mal. Boah, hier ist es richtig tief. Ich merke die Kamera rein. Mit 30 Grad kommt das Wasser aus dem Boden. Irgendwie raus. Das ist Wahnsinn. Und da waren wir nachts, dann haben wir reine Dämmen. Da ist ja kein Licht, ne? Mit dem Handy haben wir. So, Leute. Heute kurzes Video, nichts Besonderes. Ja, wollte nur mal berichten. Wir haben Arnold Besuch. Und ihr habt ja gesehen. Wir waren jetzt im Bächler. Das Ding hat, weiß ich nicht, gefühlte 30 Grad. Es ist unglaublich warm. Und das mitten im Wald. Hier sind jetzt noch ein paar Leute dazugekommen. Hier kommen sogar nachts manchmal Leute und baden einfach. Und das ist nur ein paar Mal im Jahr so. Sonst ist das Ding einfach leer. Kommt aus der Erde schön das warme Wasser raus. Also, ich bin überwältigt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wo das Wasser herkommt. Ich weiß es nicht. Vulkanwasser, was? Weißt du nicht? So, für heute. Leute, heute kurzes Video. Aber ich habe mit Marina mir gesagt, wir hauen einfach mal das Video heute raus. Und übermorgen kommt nochmal ein Video. Wir haben schon für euch was geschnitten. Da muss ich nichts machen. Aber aus dem Wald mal ein kleiner Bericht. Und dass der Arnold auf jeden Fall noch lebt. Ja, Leute. Also, ich verabschiede mich von euch. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.